Felix Auberk kann für die Olympischen Spiele 2024 in Paris planen. Die Sportmeldung des Tages auf michaelssportecke.at Österreichs Schwimmstar Felix Auberk tritt derzeit beim Malmen Swim Meeting in Stockholm an und hat über die 400 Meter Kraul und über die 200 Meter Kraul jeweils das Olympia Limit unterboten. Am Sonntag wird Felix Auberk noch über die 800 Meter antreten. Felix Auberk ist nach Simon Bucher, der bereits in Edinburgh das Olympia-Ticket gelöst hat, der zweite Schwimmer, der fix für die Olympischen Spiele planen kann.